Sehr geehrte Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Interessierte, ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine kleine Reise, und zwar eine Reise durch das Opel-Altwerk, durch das Opel-Werk, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Das ist ja ein ganz besonderes Gebäude und zum Thema Industriekultur wirklich etwas mit Weltrang. Und für die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer ist das etwas Besonderes, denn es gehört sozusagen zur DNA unserer Stadt Rüsselsheim am Main. Es ist identitätsstiftend für die Menschen hier. Jeder Rüsselsheimer hat eine Beziehung zu Opel, zum Opel-Werk. Jeder kennt jemand, jeder hat Freunde, Bekannte, die dort arbeiten, wenn er nicht selber dort arbeitet. Jeder hat Verwandte oder Vorfahren, die da gearbeitet haben. Bei mir ist das übrigens genauso. Meine beiden Großväter haben, wenn auch nur kurz, einmal bei Opel gearbeitet. Ja, was ist das Besondere? Das gibt viele Bereiche, die interessant sind. Der Bereich, in dem es mir jetzt geht, ist der Punkt Industriearchitektur. Und wie gesagt, das ist etwas von Weltrang, was wir hier vorzuzeigen haben, hier in Rüsselsheim. Und das wollen wir etwas beleuchten, das wollen wir uns näher angucken, um was es hier geht. Und deshalb gibt es ein Interview mit Dr. Peter Schirnberg zu diesem Thema. Da hängen viele Leute dran. Deshalb will ich auch erstmal Dankeschön sagen. Ich will Dankeschön sagen Motor World, dass wir das hier machen dürfen. Ich will Marc Irmen von Radio Rüsselsheim Dankeschön sagen. Ich will aber auch Achim Weidner Dankeschön sagen, der hier technisch alles umgesetzt hat, um das hier ein bisschen zu beleuchten. Denn ich denke, es ist wichtig, dass die Rüsselsheimer und auch Interessierte etwas über ihr besonderes Denkmal, über diesen besonderen Bau, über dieses besondere Ensemble wissen. Und das erfahren wir jetzt durch Dr. Peter Schirnberg, der lange Museumsleiter in Rüsselsheim war und der ausgewiesene Experte ist in Sachen Industriekultur. Ja, und jetzt geht es auch schon gleich los. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Opel Altwerk ist ein herausragendes architektonisches Beispiel von Industriekultur mit Weltrang hier in Rüsselsheim. Um dieses architektonische Kleinod in all seinen Facetten zu beleuchten, spreche ich mit einem ausgesprochenen Experten zum Thema Industriekultur. Es ist Dr. Peter Schirnberg. Wer ist Dr. Peter Schirnberg? Dr. Peter Schirnberg hat in Frankfurt an der Goethe-Universität studiert, Kunstgeschichte, Germanistik und Soziologie. Er hat dort auch promoviert im Fach Kunstgeschichte. Dr. Peter Schirnberg war von 1974 bis 2008 Leiter des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim. 1979 hat das Industriemuseum Rüsselsheim den Museumspreis des Europarates erhalten, auf Initiative des englischen Industriearchäologen und Museologen Kenneth Hudson. 1980 bis in die 90er Jahre hat Dr. Schirnberg Beratungstätigkeiten für Museen im Bereich Industriekultur im In- und Ausland geleistet und hat sich damit einen Namen gemacht. Im Jahr 2000 geht auf ihn zurück die Initiative und die Entwicklung der Route der Industriekultur im Rhein-Main-Gebiet. Peter Schirnberg hat verschiedene Texte verfasst und unter anderem ein Buch mit dem Titel Fabrik statt Opel 130 Jahre Industriearchitektur von Weltrang. Aber Dr. Peter Schirnberg ist ein Mensch, der auch einen Bezug zu Autos hat, zu Automobilen hat. Er hat einen Oldtimer und das Schrauben, so sagt man es wohl, an diesen Oldtimern ist ihm eine Leidenschaft geworden. Das tut er immer noch und das ist für Rüsselsheim ein wichtiger Aspekt, denn wir sind eine Autostadt. Wir werden viel erfahren über architektonische Details, über dieses Kleinod, über das Opel Altwerk von Dr. Peter Schirnberg. Um es mit den Worten von Dr. Peter Schirnberg zu sagen, das Opel Altwerk ist der Kopf eines Gesamtensembles, das in 130 Jahren kontinuierlich von Osten nach Westen gewachsen ist. Wir wollen uns in fünf Stationen diesem außergewöhnlichen Architekturdenkmal nähern und mehr über dieses ganz tolle Kleinod erfahren. Herr Dr. Schirnberg, wir beginnen mit der ersten Station und als Stichwort sage ich Jugendstil. Was zeichnet dieses Architekturelement im Opel Altwerk aus? Ja, der Jugendstil, der macht sich insbesondere bemerkbar durch seine schönen Jugendstil-Schwünge. Und den ersten Fabrikbau in diesem Stil, den haben wir entlang der Weisenauer Straße. Der langgestreckte Trakt wurde 1907 bis 1917 im Jugendstil erbaut. Auffallend sind dabei die schon sehr großen Fabrikfenster, die fast die ganze Wandfläche durchziehen, um eben im Inneren möglichst Helligkeit zur Produktion herzustellen. Das Gebäude wurde in Eisenbetonkonstruktion errichtet und der rote Backstein, den man heute sieht, der wurde dann nur noch davor gelegt. Die Jugendstil-Schwünge über der unteren Fensterreihe, Die sollten sich ursprünglich nach dem Entwurf des Architekten auch oben in der Dachzone wiederholen. Das wurde aber dann leider gestrichen. Aber wunderbar erhalten sind diese Schwünge auf der Innenseite des Werkes im Gebäude C1 mit fünf herrlichen Schwüngen in der Fassade im Jugendstil. Aus dem Inneren des langgestreckten Fabrikbaus an der Weisenauer Straße sind auch sehr schöne Fotografien erhalten, die Opel-Automobilkühler im Jugendstil zeigen. Die wurden nämlich hier gefertigt und vorne drauf sieht man wunderbar den Opel-Schriftzug im Jugendstil-Design. Zum Jugendstil gehört auch das direkt gegenüber dem Fabrikgebäude gelegene Opel-Bad. Das wurde erstellt, damit die Opel-Arbeiter Wannbäder nehmen konnten, denn damals hatte man ja noch nicht jeder Haushalt ein eigenes Bad. Und auch dieses Gebäude wurde 1907 erstellt und seine Fassade zeigt die typischen Formen des Jugendstils, insbesondere in der schönen, geschwungenen Dachform. Soviel zum Jugendstil. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Kommen wir schon zur zweiten Station, Stichwort Opel-Portal und zum Neoklassizismus. Bei Klassizismus, da denken alle sofort an Schinkel, aber wir haben es hier mit dem Neoklassizismus zu tun. Und wir haben es mit einem Professor zu tun, mit Professor Paul Meissner von der TH Darmstadt. Ja, Herr Dr. Schirnberg, was ist zum Opel-Portal, das alle kennen, das alle Rüsselsheimer kennen, zu sagen? Und wo genau identifizieren wir den Neoklassizismus? Ja, also der Eingang zum Opel-Altwerk, der wird ja gebildet durch den Opel-Portalbau. Der entstand in mehreren Bauabschnitten von 1912 bis 1921. Praktisch wird die gesamte Ostseite des Opel-Werks in diesem einzigen Gebäude zusammengefasst. Und wie Sie schon sagten, dieser Portalbau wurde im Stil des Neoklassizismus errichtet. Und er ist eine Mischung aus Tradition und Moderne. Traditionell, sozusagen auf die Antike verweisend, sind die senkrechten klassizistischen Pilaster in der Fassade mit den kleinen Kapitellen obendran und auch die beiden Kandelaber. Das ist noch Tradition. Modern dagegen sind die langen, die gesamte Fassade von Norden nach Süden durchlaufenden Fensterbänder über vier Etagen übereinander. Der Architekt des Bauwerks war, wie gesagt, Professor Paul Meisner von der Technischen Universität in Darmstadt. Er lehrte dort Architektur und seine Bauten prägten von 1912 bis 1929 ganz wesentlich das Gesicht des Opel-Werks bis hin zu dem berühmten Turm an der Bahnlinie. Der Portalbau diente allerdings keineswegs nur der Verwaltung, wie man denken könnte. Nein, hier war beispielsweise die Opel-Fahrradproduktion untergebracht und die entwickelte sich bis 1937 zur sage und schreibe größten Fahrradfabrik der Welt. Auch der Portalbau war eine Konstruktion in Eisenbeton und auch hier wurde vorne der rote Backstein an der Fassade vorgeblendet. Durch die beiden großen Portalbögen, da gingen dann zigtausende von Opelanerinnen und Opelanern täglich ein und aus. Im Bereich des heutigen Portalbaus, also nahe an der Straße, standen seinerzeit auch das erste Opel-Wohnhaus und schräg dahinter der erste Opel-Fabrikbau, beide aus dem Jahre 1868. Zwischen diesem Wohnhaus und dem Fabrikbau, da lag ein kleiner Hof, den es im Prinzip bis heute noch gibt, nämlich in der Form des Adamshofs. Ja, Herr Dr. Schienberg, da sind wir auch schon bei der nächsten Station, einem Teil des Opel-Altwerks, das natürlich auch viele Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer kennen. Sie haben es genannt, der Adamshof. Der Adamshof im Zusammenhang mit dem Eingangsportal ist ja sehr markant. Was können Sie dazu ausführen? Was sollte man darüber wissen? Also der Adamshof liegt ja zwischen zwei Gebäudezügen. Der vordere, der geht zurück auf das schon angesprochene Wohnhaus, was direkt an der Straße lag. Das hat sich sozusagen immer weiterentwickelt, von einem Wohnhaus zu einem langgestreckten Fabriktrakt. Und der zweite Gebäudezug dahinter, der entwickelte sich aus dem ersten Fabrikgebäude heraus. Da das aber schräg lag, das Fabrikgebäude, entwickelten sich diese beiden Gebäudeachsen sozusagen im Winkel, in Form eines Weltweter-Dreiecks. Diese beiden Gebäudezüge wurden dann beim großen Opel-Brand, das war im Juni 1911, gab es einen großen Fabrikbrand, da wurden diese beiden schräg zueinander verlaufenden Gebäudezüge zerstört. Und der Architekt Paul Meissner hat dann nach dem Brand beide Gebäudeachsen wieder aufgebaut, aber diesmal parallel zueinander. Und das sind heute im Osten und Westen die Gebäudetrakte, die den Opel, also den Adamshof, begrenzen. Also diese beiden Gebäudeachsen, die wieder aufgebaut wurden, die nehmen zwischen sich den Adamshof auf. Und dadurch ist etwas ganz Besonderes entstanden, was es nur im Opel-Altwerk gibt. Wir wissen alle, normalerweise betritt man eine Fabrik durch ein Tor. Im Opel-Werk geschieht es seit mehr als 100 Jahren durch zwei Tore hindurch. Erst durch das Doppelportal im Eingangsbau, dann durchschreitet man dann Adamshof und dann geht man nochmal durch ein Doppelportal. Und das kommt aus dieser ursprünglichen Situation von Wohnhaus und Fabrikgebäude, die aus sich heraus diese beiden Achsen entwickelt hatten. Die Gebäude rings um den Adamshof sind auch im Stil des Neoklassizismus errichtet. Nur hier tritt er wesentlich markanter ins Bild, weil hier kein Backstein vorgelegt wurde. Das hat Professor Meisner so gemacht. An der TU Darmstadt hieß es noch nach dem Zweiten Weltkrieg, die roten Bauten von Professor Meisner legten sich wie ein Schutzschild um das Opelwerk. Das heißt, die Außenfassaden der Fabrikgebäude hat Professor Meisner immer mit rotem Backstein angelegt. Im Inneren des Werkes hat er den Eisenbeton schön hell stehen lassen. Und damit kommen wir zur nächsten Station. Ja, und bei der nächsten Station geht es um die zentrale Werksachse. Ein ganz besonderes Element der Gestaltung sozusagen dieses Areals. Und in dem Zusammenhang wäre es natürlich auch ganz wichtig, mal wenn wir den Bauten dieser Werksachse folgen, mal hinzublicken, wo denn das erste Fließband im Opel Altwerk vorzufinden war. Wo ging es sozusagen richtig los mit der Autoproduktion? Ja, also das erste Fließband, das wurde in der Nähe dieser Achse errichtet. Zunächst mal ein Wort zu der Achse selbst. Schnurgerade vom Adamshof nach Westen geht eben die zentrale Werksachse. Die geht doch praktisch kilometerweit weiter. Und an dieser Achse liegen zunächst mal links und rechts typische Fabrikbauten. Und einer davon, der auf der linken Seite, von dem aus führt dann zur Bahnlinie hin, ein Trakt, in dem im Jahre 1924 das erste Fließband aufgestellt wurde. Das ist also der Fabrikbau A9. Und Opel rühmt sich mit Recht, als erste Firma in Deutschland in der Automobilindustrie das Fließband eingeführt zu haben. Mit dieser neuen Produktionsweise konnte Opel ganz erhebliche Marktanteile erobern. Ich sage mal zwei Zahlen. 1924, bei der Einführung des Fließbandes, wurden jährlich 4.571 Automobile hergestellt. Vier Jahre später, 1928, waren es quasi zehnmal so viele, nämlich 42.771 Automobile. Opel selbst hat diese bemerkenswerte Innovation selber folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere. Nicht mehr nimmt, wie früher im handwerkmäßigen Sinne, der einzelne Arbeiter die Zusammensetzung bis zum fertigen Produkt vor, im Gegenteil. Die Arbeitsprozesse sind nunmehr bis auf die einfachsten Handgriffe planmäßig zerlegt und jeder Arbeiter erhält nur noch die Ausführung eines Handgriffs zugewiesen. Die Basis dieser Arbeitsweise ist das berühmte laufende Band. Soviel zum ersten Fließband. Es war übrigens im ersten Stock in diesem Gebäude untergebracht. Ja, ein wichtiger Punkt, über den sollte man Bescheid wissen, wenn man sich mit dem Opel Altwerk beschäftigt. Es gibt ein weiteres Stilelement, was sehr prägend ist für dieses gesamte Ensemble und das sind Türme. Im Opel Altwerk finden wir verschiedene Türme und sie prägen auch dieses Bild, dieses Ensembles. Was kann man denn zu diesen Türmen genau ausführen, Herr Dr. Schirnberg? Ja, also bemerkenswerte Gebäude haben wir ja schon einige kennengelernt im Opel Altwerk, aber im herausragenden Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert, sind die Doppeltürme. Die liegen links auf der Hauptmittelachse und zwar der erste der beiden Türme, der wurde im Jahre 1915 errichtet und der zweite dann zehn Jahre später, 1925. Aber man sieht genau, man hat hier ganz bewusst eine Doppelturmanlage geplant. Die war so berühmt, dass sie auch in Öl gemalt wurde und dieses Ölgemälde wurde dann auch auf Postkarten in der ganzen Region verbreitet. Stilistisch sind auch die Türme ein Werk von Professor Meisner und die Formen sind auch ganz typisch im Neoklassizismus ausgeführt. Im an den zweiten Turm anschließenden Bereich, da steht ein konstruktiv ganz bemerkenswertes Gebäude, nämlich eine Halle in schwungvollen Stahlkonstruktionen. Es ist eine Halle, die 1925 im Gebäude D5 geschaffen wurde und wenn man hineingeht, dann tragen hier im Inneren auf- und abschwellende Eisenträger die Konstruktion und zwar 20 einmal hintereinander von Osten nach Westen. Und ihr Licht erhält diese Halle durch ein durchlaufendes, gläsernes Oberlicht in Form einer symmetrischen Pyramide. Das war ein weiteres bedeutendes Werk, was im Altwerk zu sehen ist. Ja, Herr Dr. Schirnberg, erstmal vielen Dank für diese Ausführung. Das sind natürlich komprimierte Aspekte, die wichtig sind, wenn man sich das Opel Altwerk anschaut. Sie haben ja in Ihren Schriften das auch sehr explizit ausgeführt und wer das nochmal im Detail wissen möchte und auch noch mehr erfahren möchte, der kann das tun. Dazu muss er sich ein Buch kaufen. Das ist gut, denn es gibt eins und das ist von Ihnen und lautet Fabrik statt Opel 130 Jahre Industriearchitektur von Weltrang. Insgesamt nehmen wir mit, wir haben hier in Rüsselsheim ein ganz besonderes Kleinod, eine Besonderheit der Industriekultur von Weltrang. Und das ist gut so und es ist auch gut, wenn man etwas darüber weiß. Aber es strahlt auch über Rüsselsheim hinaus und jeder, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, der hat Möglichkeiten, sich jetzt unseren Vortrag hier anzuhören, was Sie, Herr Dr. Schirnberg, hier ausgeführt haben. Dafür sage ich Ihnen nochmal ausdrücklich Dank. Und ja, wir hoffen und warten darauf, was auch aus diesem Ensemble wird. Klar ist, es steht unter die Fassade, steht unter Denkmalschutz. Das ist auch gut so. Und wir wollen weiterhin diesen schönen Bau genießen. Wir hoffen, dass auch viele das auch können. Es ist ja auch vorgesehen, dass man dieses Gebäude weiterhin auch quasi öffentlich begehen kann. Das ist auch gut so. Aber hier haben wir jetzt erstmal Fakten erfahren zur Architektur, zu den Besonderheiten. Und nochmals, Herr Dr. Schirnberg, vielen Dank. Gerne geschehen.